Ihr habt die Halloween-Kostüme von meiner Hostmom gefeiert, deswegen kommt jetzt ein Part 2! Das erste Kostüm! Ich bin eine Fee! Ich bin die neue Bloom! Ich hab aber auch ein bisschen Arielle-Vibe! Ich bin die Zahnfee! Heute haben wir auch einen Stargast! Mein Gaskind! Ich bin Audrey von Descendants! Ich hab diesen Film noch nie angeschaut, ist nicht meine Generation. Das sind drei Filme! Yay! Bananen! Ich bin Bananen von dem Bananenland! Er hat Drip! Bananen! Jetzt bin ich Damon! Elena! Hier kommt der blaue Power Ranger! Die Kinder werden wegen mir noch verrückt!